Kinder motivieren. So klappt es endlich. In der heutigen Folge geht es um Motivation. Es geht um die Frage, kann man Kinder überhaupt motivieren? Also ist das überhaupt möglich? Und es geht anhand eines Beispiels darum, wie man es auch mal so richtig, richtig, richtig versauen kann mit der kindlichen Motivation und vor allem, was wir aus diesem Beispiel lernen können. Mein Name ist Daniel Dudek. Ich begrüße dich hier bei Starke Kinder, starke Zukunft. Fangen wir mal mit der Frage an, kann man Kinder überhaupt motivieren? Also ich glaube, dafür müssen wir uns überhaupt mal die Frage stellen, warum wollen wir Kinder überhaupt motivieren? Was ist so unsere Motivation hinter dem Wunsch, ein Kind zu motivieren? Es sind häufig, das muss man so deutlich sagen, egoistische Gründe. Also wir wünschen uns halt etwas für unser Kind, als Beispiel einen guten Schulabschluss. Und dann wollen wir unser Kind dazu motivieren, halt gut in der Schule zu sein, gut aufzupassen, zu lernen. Das Kind will das ja vielleicht gar nicht in diesem Moment. Und ich möchte jetzt nicht die Diskussion anfangen, dass Kinder natürlich auch nicht absehen können, wie wichtig vielleicht ein Schulabschluss für sie werden könnte. Es ist im Kern in dem Moment, wo das Kind etwas nicht möchte, also gar nicht interessiert daran ist und wir aber sagen, hey, da müssen wir dich irgendwie hin motivieren. Natürlich schon auch eine egoistische Eigenschaft von uns Eltern zu glauben, wir wüssten jetzt in dem Moment, was richtig ist. Und ja, auch ich als Daniel Dudek denke, dass wir Erwachsenen in vielen Punkten von den Kindern lernen können. Andersrum denke ich aber auch, dass Kinder von uns lernen können. Und wenn zum Beispiel ein Kind keine Zähne putzen möchte, dann macht es, glaube ich, schon Sinn zu überlegen, wie könnte ich mal ein Kind denn vielleicht dabei begleiten, dass es ein bisschen motivierter dazu wird, Zähne zu putzen. Denn wenn es das nicht tut, weil es keinen Bock hat, dann kann ich natürlich sagen, hey, ich arbeite sehr bedürfnisorientiert und wenn mein Kind halt keine Lust hat, dann werde ich da jetzt nicht regulativ drauf eingehen, weil das ist dann irgendwie Gewalt gegenüber dem Kind. Das kann man schon so denken, muss dann aber damit leben, dass das Kind möglicherweise komplett kaputte Zähne hat und die Konsequenz ist nicht schön. Es gibt, ich habe das mal irgendwo in einem Forum, weil immer mal wieder befasse ich mich natürlich auch so mit anderen Ansätzen und schaue mir an, was gibt es Neues in der Welt der Pädagogik. Da gibt es auch so verschiedene Trends, also ob es jetzt ein Trend ist, sei mal dahingestellt, aber unerzogen. Es gibt so Foren darüber und da habe ich eine spannende Geschichte gelesen. Eine Mama erlebte dieses unerzogen, also wo sie nicht regulativ eingreift und der Mann war aber anderer Meinung und hat sich dann aber so ein bisschen sozusagen mitziehen lassen. Und hat gesagt, naja gut, wenn unsere Tochter jetzt halt aktuell keine Zähne putzen will, wir werden sie nicht dazu zwingen, in Anführungsstrichen. Wir werden sie da jetzt auch nicht irgendwie hingehend motivieren, dass sie das tut, weil es ist halt in diesem Moment so und die Kinder werden irgendwann schon von selber merken, was gut für sie ist, weil Kinder kriegen das sehr intuitiv mit. Ende vom Lied. Irgendwann gab es eine große Zahn-OP. Und da hat der Mann dann in diesem Fall so ein bisschen in Frage gestellt, ob vielleicht Kinder doch nicht immer von sich aus wissen, was gut für sie ist, langfristig. Und wurde natürlich in dem Forum da ordentlich zerrissen von den anderen Menschen, die halt unerzogen leben, weil ja so dieser ganze Ansatz dahinter ein wenig ist. Und jedes Mal, wenn ich meinem Kind Regeln, Regularien oder Anforderungen gebe, die ich von ihm verlange, ist das eigentlich irgendwo eine Art Gewalt gegenüber dem Kind, was so ein bisschen vielleicht die Autonomie einschränkt. Ich bin da nicht so tief drin und kann mich also auch jetzt nicht so aus dem Fenster lehnen und sagen, was wirklich hinter unerzogen steht. Ich beziehe mich rein auf dieses, was ich da gelesen habe. Mama und Papa haben sich darauf geeinigt, nicht zu motivieren, dass das Kind Zähne putzt, sondern es zu respektieren, dass es das nicht möchte, weil sie gesagt haben, es wird schon irgendwann merken, dass es gut wäre zu putzen. Ende vom Lied war halt diese Zahn-OP. Und daher, und das ist auch meine Auffassung, ist es schon sehr, sehr sinnvoll als Erwachsene zu überlegen, gut, was ist denn die langfristige Konsequenz, möglicherweise hinter diesem Verhalten des Kindes nicht Zähne putzen zu wollen. Und macht es an manchen Stellen vielleicht doch Sinn, regulativ einzuschreiten. So, die einen sagen dann, nein, das geht nicht, das ist halt Autonomieverletzung, andere wie ich sagen, naja, vielleicht ist es auch einfach zum Wohle des Kindes sinnvoll, das zu tun. Und ich bin kein Freund davon, Kinder zum Beispiel in etwas reinzuzwängen, was sie, also ich bin kein Freund davon zu sagen, ich möchte, dass mein Kind Tennis spielt, also motiviere ich es immer wieder Tennis zu spielen, obwohl das Kind das ja gar nicht möchte. Weil es ist, glaube ich, nicht unbedingt mega tragisch für das Kind, wenn es kein Tennis spielt. Es ist aber deutlich negativ, wenn es nicht Zähne putzt. Und jetzt verstehst du wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Man kann das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Man muss wirklich im Individuellen schauen, wo macht es überhaupt Sinn zu motivieren, in Anführungsstrichen. Und wo sollten wir das Kind auch überhaupt nicht, also wo sollten wir dem Kind einfach kompletten Freiraum für das lassen, was es möchte. Nun leben wir in einer Welt, in der wir Dinge tun müssen. Jetzt sagst du, vielleicht stimmt ja gar nicht, Daniel, man muss gar nichts im Leben. Man will die Dinge. Und ich bin bei dir. Man will, also ich muss keine Steuererklärung machen. So, das muss ich nicht. Ich will die machen, weil ich nicht die Konsequenz ertragen möchte, dass zum Beispiel mein Einkommen geschätzt wird, was wahrscheinlich dann nicht zu meinem Gunsten ausfällt, sondern die Schätzung wird höher ausfallen, ich einen Bescheid bekomme über eine viel höhere Zahlung, die sich eigentlich leisten müsste, wenn ich einfach mal meine Steuererklärung machen würde. Und ich habe auch keine Lust, dass mein Konto gefändet wird. Und ich habe auch keine Lust, dass irgendwann Beamten vor meiner Tür stehen und sagen, sie zahlen keine Steuern, das ist ein, also ich weiß jetzt nicht, ob es ein Strafdelikt ist, wahrscheinlich ist es das, aber würde ich mal behaupten. Das heißt, nein, ich muss keine Steuererklärung machen, aber ich muss schon etwas. Ich muss die Konsequenz meines eigenen Handelns ertragen. Also müssen wir halt doch gewisse Dinge, nämlich die Konsequenzen aushalten. Kinder wiederum müssen gewisse Dinge. Zum Beispiel gibt es in Deutschland eine Schulpflicht. Da kann man jetzt drüber froh sein oder es doof finden, aber es ist, wie es ist. Außer wir unterrichten die Kinder zu Hause. Heißt also, jetzt müssen die ja in die Schule. Also ob wir das jetzt gut finden oder ob die Kinder das gut finden, ändert ja nichts an der systemisch bedingten Schulpflicht. Und jetzt wäre es ja im Endeffekt ganz schön, wenn wir Wege fänden, die Kinder so zu begleiten, dass sie motiviert sind, diese Dinge zu tun, die sie halt tun müssen, weil sie sonst ja den ganzen Tag leiden. Also jetzt muss ich halt ab 6, also ab meinem 5. Schrägstrich 6. Lebensjahr in die Schule gehen. Wenn ich aber jeden Tag nur keinen Bock habe, dann habe ich ja irgendwie echt eine lange Zeit, ein echtes Problem. Also macht es ja da vielleicht doch Sinn, auch mal ein wenig motivierend zu agieren. Kann ich jetzt ein Kind aber überhaupt motivieren? Also ist es möglich, einen anderen Menschen zu motivieren? Und die Antwort ist nein. Ich kann keinen Menschen motivieren. Ich kann nur das Feuer in dem Menschen entfachen, sodass er von innen heraus motiviert ist. Also sozusagen eine von sich heraus kommende Motivation spürt. Man nennt das dann ja auch intrinsisch motiviert sein. Also ich kann ja extrinsisch motivieren, also von außen motivieren, oder ich bin von innen motiviert. Und ich glaube, wir können von außen nur sehr bedingt motivieren. So, das geht sicherlich so mit Zuckerbrot und Peitsche, könnte man das schon über einen Zeitraum hinkriegen. Aber die Frage ist, ist das wirklich das, was wir uns für unsere Kinder wünschen? Dass sie zum Beispiel Dinge nur tun, weil sie dann eine Belohnung kriegen? Ich bin da kein Freund von, weil ich glaube, dass es nicht nachhaltig ist. Fassen wir also mal ganz kurz zusammen bis hierhin. Ja, ich glaube, es macht an manchen Stellen Sinn, Kinder dabei zu begleiten, dass sie ein Feuer für die Dinge entfachen, die sie halt systembedingt tun müssen. Ich möchte nicht über das System diskutieren, dass Schule aktuell nicht so ist, wie sie sein könnte. Ich glaube, das ist jedem klar, der hier zuhört. Aber es ändert ja nichts daran. Wir müssen halt da hin. Also, ich bin kein Freund davon rumzuquengeln, dass alles doof ist, sondern eher zu schauen, wie können wir das, was ist, annehmen und das Beste daraus machen. Also, wie könnten wir zum Beispiel ein Kind so begleiten, dass es das Feuer für Schule entfacht, obwohl es vielleicht aktuell gar keinen Bock darauf hat? Wie könnten wir ein Kind dafür begeistern, Zähne zu putzen, obwohl es aktuell vielleicht einfach keinen Bock hat, weil es ja viel einfacher wäre, einfach es nicht zu tun? Und das hat aus meiner Sicht auch nichts mit Gewalt gegenüber dem Kind zu tun, weil wir es formen wollen, sondern eher damit zu tun, dass wir ihm helfen, glücklich leben zu können. Weil, was sich halt nicht ändern wird, höchstwahrscheinlich, ist, dass die Kinder, wenn sie im deutschsprachigen Raum leben, also bleiben, keine Anforderungen mehr von außen kriegen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, kann man auch wieder gut oder schlecht finden. Wir leben in einem System, was auf Regeln basiert, Straßenverkehrsordnung zum Beispiel. Und da, glaube ich, tut es gut, den Kindern bereits in der Kindheit zu zeigen, du, das ist auch alles gar nichts Schlimmes. Es ist nicht schlimm, auch mal seine eigene Autonomie hinten anzustellen zum Wohle der Gemeinschaft. Es ist eher purer Egoismus, zu sagen, es geht immer nur um mich und meine Bedürfnisse. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, weil ich habe ja gesagt, ich glaube nicht, dass man Kinder von außen krass motivieren kann. Sie müssen das Feuer von innen her entdecken. Und ich möchte dir einmal zeigen, wie man das richtig falsch machen kann. Also, ich möchte dir quasi ein Negativbeispiel nennen, um daraus dann ein positives Beispiel für uns abzuleiten als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Es ist ein ganz normaler Schultag. Es ist Herbst. Draußen ist es so ein bisschen regnerisch. Die Blätter fallen schon von den Bäumen. Also, die einen mögen dieses Wetter, die anderen nicht. Ich stehe in einer Schulklasse, gebe einen stark auch ohne Muckis Training. Links von mir sitzt ein Junge, nennen wir ihn Jonas. Hinten rechts im Klassenraum sitzt die Lehrerin. Nennen wir sie Frau Müller. Und ich frage die Klasse, was sie denn gerne werden wollen. Also, so ein bisschen angelehnt an diese Geschichte, die ich dir in der ersten Folge erzählt habe, wo John Lennon gefragt wurde, was er werden will. Die Kinder antworten. Der Junge vorne, Jonas, ich glaube, ich habe ihn jetzt Jonas genannt, weil der hieß ihn echt anders, aber ich verändere den Namen natürlich in den Geschichten immer. Jonas und Frau Meier. Jonas sitzt vorne links und antwortet, ich möchte Astronaut werden. Ich denke mir, geil. Finde ich super. Und er guckt so, also die Tische sind so angeordnet, dass er jetzt einfach, wenn er den Blick ein bisschen nach links richtet, seine Lehrerin hinten in der Klasse sieht. Und er richtet seinen Blick so zur Lehrerin und der Blick der Lehrerin trifft den Blick von Jonas. Und es entsteht so ein Moment. Und ich weiß in diesem Moment schon, was passiert, weil ich erlebe diese Momente sehr, sehr häufig. Die Lehrerin wirft ihnen einen Blick zu und dieser Blick sagt alles. Die Körpersprache dieser Frau sagt alles. Und sie sagt, wie willst du das schaffen? Das ist ja vollkommen unrealistisch. Jonas spürt das und seine Körperhaltung wird lasch. Er sackt so ein wenig in sich zusammen. Vielleicht für Ungeübte nicht zu sehen, aber wenn du ein bisschen mit Menschen arbeitest, weißt du, was für ein Moment ich meine. Du siehst, wie die Energie seinen Körper verlässt und in diesem Moment den Gedanken hat, ich kann das eh nicht schaffen. Ich denke mir, kann jemand die Lehrerin aus der Klasse bringen? Setzt die mal einer vor die Tür. Aber sage natürlich in diesem Moment, als statt mich weiter über die Lehrerin innerlich aufzuregen, zum Jonas, Jonas, geile Nummer, Astronaut, erzähl mal. Aber was passiert in diesem Moment? Die Lehrerin nimmt Jonas die Motivation für dieses Ziel, Astronaut zu werden. Ich komme später darauf zurück, warum das auch für die allgemeine Schulmotivation ein Problem ist. Jonas also kurz mal demotiviert, ich aber steige darauf ein und sage, boah, geil, Astronaut, erzähl mal. Ja, erzählt er so. Und der kennt sich voll aus, der kennt so voll die Fachbegriffe. Ich habe keine Ahnung, wovon er mir erzählt hat, aber er kannte sich mit Raumfahrt offensichtlich aus. Es scheint ihn wirklich begeistert zu haben. So. Ich frage Jonas, Hammer, was musst du dafür können, um Astronaut zu werden? Ja, erzählt er mir sowas. Sportlich sein und fit sein. Und ich sage, und wie ist deine Note in Sport? Ja, Sport wäre sehr, sehr gut. Ich sage, cool. Ich frage, was ist dein schlechtestes Fach? Mathe. Ich sage, warum? Ja, finde ich, mag ich nicht. Habe ich keinen Spaß dran. Verstehe ich nicht. Bin ich nicht gut drin? Ich sage, ah, okay. Gibt es noch so Fächer, die wurde nicht so gut bis, hat er so ein bisschen aufgezählt. Also er war tatsächlich nicht der beste Schüler. Das kam aus diesem Gespräch raus. Und in diesem Moment denke ich mir, okay, dieser Junge möchte Astronaut werden. Der ist sportlich, das kann er. Aber der hat definitiv Defizite aktuell in der Schule. Wie könnte man jetzt also diesen Wunsch, Astronaut zu werden, nutzen, um ihm vielleicht dabei zu helfen, anstatt zu sagen, Mathe, Deutsch, das ist alles doof, ich verstehe das nicht, ihm ein inneres Feuer zu geben, dafür, dass diese Fächer geil sind. Weil aktuell sein Ist-Zustand ist, er findet das doof, macht ihn keinen Spaß, er will ja Astronaut werden, dafür muss man ja nur sportlich sein. Das ist sein Mindset. So, ich frage, wie ist denn das so mit Mathe? Braucht man das nicht als Astronaut? Nö, bräuchte man nicht, weil das ist ja alles mit Computern, wird das ja gerechnet heutzutage. Ich sage, ah, okay, krass, verstehe ich. Und ich gebe dir recht, wenn mein Computer kaputt ist, muss ich das nicht selber machen können. Also ich muss da keine Codes können, oder Zahlenkombinationen oder sowas. Ich gehe halt in den Laden um der Ecke. Ich sage, aber was machst du, wenn der PC da oben kaputt geht? Was für einen Laden willst du dann gehen? Äh, äh, er wusste nie, was er sagen soll. Ich sage, könnte es nicht sein, dass du dann da oben das Ding auch selber reparieren müsstest? Also nur mal angenommen, so Sauerstoff geht sonst weg, das wäre doch auch irgendwie doof da oben, oder? Äh, äh, ja. Da habe ich ihm, um es jetzt kurz zu machen, dabei geholfen zu erkennen, dass für sein großes Ziel, Astronaut zu werden, was ich cool finde, es aber vielleicht auch wichtig ist, allgemein schulische Leistungen abrufen zu können und nicht nur die sportliche. Was habe ich also gemacht? Ich habe erstmal seinen Wunsch, Astronaut zu werden, ernst genommen. Was hat die Lehrerin gemacht? Sie hat ihn dafür abgewertet, dass er diesen Wunsch hat. Was habe ich gemacht? Ich habe probiert, einfach das, was er reinbringt als Idee, zu respektieren und einfach einen Frame aufzubauen, also einen Rahmen zu bauen, der ihm hilft, zu erkennen, dass das, was er will, geil ist. Astronaut werden toll ist, aber er gewisse Dinge dafür tun muss, um das zu schaffen. So, und jetzt muss man sich ja überlegen, wann wird ein Kind motivierter dazu sein, auch in Fächern Leistungen zu bringen? Bitte, jetzt lassen uns keine Grundsatzdiskussionen hier darüber führen, ob das jetzt sinnvoll ist mit dem Leistungszeugs. Es ist ja, wie es ist aktuell, basiert halt auf Leistungen, unsere Gesellschaft. Wie könnten wir dem Kind dafür ein inneres Feuer geben, dass es sagt, naja gut, Mathe, Deutsch und keine Ahnung, ist jetzt nicht mein Lieblingsfach, aber ich gebe trotzdem Gas, weil, natürlich werden wir diesen Wunsch respektieren. Die Lehrerin hat ihn einfach abgewertet und dann habe ich hinterher mit der Lehrerin gesprochen, habe sie darauf angehauen und habe gesagt, Mensch, haben Sie gemerkt, der ist ja voll motiviert, so mit dem Astronaut und sowas. Sie haben ihm so einen Blick zugeworfen. Ich habe das gesehen, was war das? Wo kam das her? Und sagt sie, ja, Herr Dodeck, der wird es niemals schaffen, Astronaut zu werden. Jetzt will ich dem doch da nicht erzählen, dass er es schafft, damit hinterher sein Traum, also dann ist er ja mega enttäuscht. Und ich denke mir so, ey, bist du bekloppt? Du willst dem Kind einen Traum ausreden, nur weil du nicht glaubst, dass es das kann? Was ist denn in deinem Kopf nicht in Ordnung? Also das habe ich nicht gesagt, aber ich habe es gedacht. Wie können wir Menschen, also wir Erwachsenen, denn so unfassbar egozentrisch sein, zu glauben, dass nur weil wir uns nicht vorstellen können, dass jemand etwas schafft, dass diese Person es wirklich nicht schafft. Man hat mir in meiner Schulzeit eingeredet, ich würde Deutsch nicht hinkriegen. Ich bin kein guter Schreiberling. Rechtschreibfehler ständig, grammatikalisch eine Niete. Ich habe mittlerweile drei Fachbücher und noch ein paar andere Publikationen veröffentlicht, selber geschrieben. Ich habe nach der Schule schreiben gelernt, weil mein Wunsch es war und mein inneres Feuer es war, diese Dinge aufs Papier zu bringen. Bis dahin konnte ich es aber nicht, also musste ich mich selber dazu motivieren, es zu tun und siehe da es ging. Mir haben aber Menschen eingeredet, es würde nicht gehen, weil sie in ihrer Welt geglaubt haben, ich schaffe das nicht. Wer gibt uns Erwachsenen denn bitte das Recht, einem Kind zu erzählen, was es schafft und was nicht, nur weil wir es nicht glauben können, nur weil wir es nicht träumen können, nur weil wir nicht die Fantasie haben, dass etwas möglich ist. Heißt das doch nicht, dass das Kind das nicht schafft? Und ich glaube, viele Kinder sind teilweise unmotiviert, weil sie immer wieder abgewertet werden für ihre Wünsche, für ihre Träume, weil wir ja im Land des Realismus leben. Hier soll man ja nicht zu groß träumen, hier soll man ja nicht zu viel aus der Box herausgucken. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Such die realistische Ziele. Fußballprofi, wie willst du denn Fußballprofi werden? Astronaut, wie willst du denn Astronaut werden? Mach mal einen Bankkaufsmann, Leere, dann bist du sicher. Wer gibt uns Erwachsenen das Recht, so über die Zukunft von Kindern zu bestimmen, nur weil wir uns nicht vorstellen können, dass etwas möglich ist, heißt es doch noch lange nicht, dass es nicht möglich ist. Nur weil wir so kleinkariert in unserem Kopf sind und glauben, man könnte irgendwie nur von A nach B kommen und nicht von A nach F. Also nur weil wir glauben, es ist nicht möglich, gibt uns, haben wir nicht das Recht, es Kindern auszureden. Wenn wir Kinder motivieren wollen, müssen wir annehmen, was sie mit reinbringen. Kinder bringen so geile Ideen mit rein, die sind Träumer, die haben so unglaubliche Ideen und anstatt das zu nutzen und zu sagen, ja Wahnsinn, was weiß ich, wie man zum Mars fliegen soll, ich hab keine Ahnung, Junge, aber wenn du sagst, du willst es schaffen, als 35-jähriger erwachsener Mann oder als 35-jährige erwachsene Frau eine Mars-Mission an den Start gebracht zu haben, ja dann go for it, lass das machen, keine Ahnung wie, aber lass uns den Weg gemeinsam genießen. Und ob die Kinder das dann schaffen oder nicht, ist überhaupt gar nicht Teil der Debatte. Vielleicht schaffen sie es nicht, ja dann sind sie gescheitert. Ja und, dann, was ist dann, dann fangen sie von vorne an. Dann machen sie was anderes. Menschen, die wirklich motiviert sind, die lassen sich doch nicht davon abbringen, wenn sie mal ein bisschen gescheitert sind. Das lassen Menschen, die realistisch denken, die lassen sich abbringen. Die scheitern und stehen nicht wieder auf. Es ist kein Problem, hinzufallen. Es ist kein Problem, zu scheitern. Es ist ein Problem, liegen zu bleiben und nicht weiterzumachen. Und das glaube ich, ist eher bei Menschen der Fall, dem immer wieder eingeredet wird, dass ihre Träume zu groß sind, dass ihre Wünsche zu krass sind. Wir haben nicht das Recht, darüber zu werten, was Kinder erreichen können. Kinder haben das Recht, es selbst rauszufinden. Und wenn sie scheitern, scheitern sie. Ja und? Dann sind sie gescheitert. Entweder dann, dann nehmen wir sie in den Arm und sagen, hey geil, dass du es probiert hast. Hat das halt nicht geklappt? Kein Problem. Was wollen wir jetzt probieren? Lass mal weitermachen. So. Aber anstatt ihnen vorher einzureden, dass es nicht geht, ihnen einfach, also das, was die mitbringen, nehmen und das zur Motivation nutzen, ist doch viel cleverer. Ich möchte dich also einladen, nach dieser Folge vielleicht über folgende Punkte nachzudenken. Wo muss ich denn überhaupt regulierend eingreifen? Muss ich wirklich mein Kind dazu motivieren, zum Tennis zu gehen, wenn es keinen Lust hat? Oder macht es vielleicht Sinn, das auch einmal mal zu respektieren? Da muss jeder für sich eine Antwort finden. Ich habe eine, die möchte ich aber in dieser Folge noch nicht raushauen. Da werden wir sicherlich im Laufe dieser Show immer mal wieder drauf eingehen. Punkt zwei ist, du kannst Menschen von außen mit Belohnung natürlich motivieren, aber ich glaube, es ist viel sinnvoller, das innere Feuer zu wecken, dass die von innen heraus motiviert sind. Und dafür musst du vielleicht einfach mal die Träume annehmen, die Kinder haben, die Wünsche annehmen, die Kinder haben und dann sie dahingehend begleiten, zu sagen, okay, wenn du das werden willst, was musst du dafür können? Und zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich möchte Fußballprofi werden. Es gibt viele Kinder, die das werden wollen. Dann frage ich immer, okay, aber wie ist es denn aktuell bei dir so in der Schule? Gibst du Gas in der Schule? Machst du Power? Nee, Schule habe ich keinen Bock, ich will Fußball spielen. Ich sage, ah, okay, krass. Aber wie du eine Sache tust, so tust du alle Sachen, ist ein Sprichwort, mein Lieber. Wenn du die Schule so angehst, dass du, wenn es anstrengend wirst, etwas vermeidest, was wirst du denn tun, wenn es dann im Profigeschäft mal anstrengend wird? Ist die Schule für dich nicht möglicherweise das perfekte Umfeld, der perfekte Spielplatz, um zu lernen, wie man Ausdauer und Disziplin hat, um dann, wenn du mal Profi bist und ich wünsche es dir wirklich, dass du Profi wirst, um dann da standzuhalten? Ja, so habe ich das noch nie bedacht. Nee, dann lass doch mal drüber nachdenken. Und schon habe ich Fußball verknüpft mit möglicherweise auch Schule und wie gesagt, es soll jetzt nicht die Diskussion hier entstehen oder es geht mir nicht darum, jetzt zu sagen, dass die Schule so wie sie ist, gut ist oder dass sie so wie sie ist, schlecht ist. Ich will einfach nur sagen, sie ist wie sie ist und wenn wir aktuell uns vorstellen, dass unsere Gesellschaft auf Leistungen basiert, dann können wir das wieder gut oder schlecht finden oder einfach mal annehmen und dann schauen, wie können wir das Beste daraus machen. Und ich habe Kinder erlebt, die aufgrund dessen, dass man ihre Träume ernst genommen hat, auf einmal auch in der Schule anders Gast gegeben haben und jetzt kommt der Punkt, aber nicht, weil jemand anderes ihnen erzählt, du musst es tun oder weil jemand sagt, wenn du es nicht schaffst, dann kriegst du schlechte Noten und dann wirst du ein ganz schlechtes Leben haben, sondern eher, weil die sagen, ja gut, ich habe ja ein Ziel, ich will ja irgendwie Profi werden und vielleicht macht es dafür Sinn, auch einfach mal zu lernen, Gast zu geben und dann ist die Schule auch auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Dann sagen die, ja okay, das ist halt jetzt Teil meines Weges. Man kann sich ja im Leben, glaube ich, entscheiden, will ich quengeln oder will ich das Beste daraus machen? Und da die halt aus meiner Sicht in einer Welt leben, in der man gewisse Dinge tun muss, Schrägstrich tun will, weil man die Konsequenzen sonst ertragen müsste und dazu halt nicht bereit ist, glaube ich, dürfen Kinder auch lernen, mit diesem Anspruch umzugehen. Denn ich glaube nicht daran, dass Kinder so schwach sind, das nicht zu schaffen. Ich glaube, dass sie das können, wenn man den Rahmen vernünftig baut. Nur wir Erwachsene sind teils nicht in der Lage, diesen Rahmen, diesen Frame vernünftig zu setzen. Denk einfach mal über die Dinge nach, die ich hier erzählt habe. Wenn du mal erleben willst, wie eine große Gruppe von Kindern hochmotiviert den ganzen Tag an einem Thema arbeitet, was eigentlich negativ ist, nämlich Mobbing. Also die kommen zum Beispiel auf die Eltern-Kind-Events, auf unsere Veranstaltung, manchmal gar nicht motiviert hin. Also manchmal haben die Kinder gar nicht Lust. Die Eltern sagen, das ist wichtig, wir gehen dahin. Dann kommen die Kinder dahin, höre ich immer wieder von den Kindern am Ende der Veranstaltung. Ey, ich hatte gar keinen Bock hier hinzukommen, aber war voll das Beste, war der schönste Tag meines Lebens. Oder Daniel, meine Eltern haben mich hierhin mitgenommen, aber nach fünf Minuten habe ich gemerkt, das wird richtig geil. Warum? Weil ich das, was ich dir hier gerade erzählt habe, in den ersten fünf Minuten beim Event nutze, um den Frame zu bauen. Ich will nicht verraten, wie ich das mache, weil ich möchte, dass du es erlebst. Buch dir ein Ticket, komm da vorbei, erleb die ersten fünf Minuten vom Event und du weißt genau, was ich hier gerade erzählt habe und du wirst es merken, dass 300, ja, sind ja nicht 300 Kinder, sondern wie 300 Familien auf einmal hochmotiviert sind, an diesem Thema zu arbeiten, was ja eigentlich für sie mit was Negativem verknüpft ist. Das ist Magie und das ist so geil. Und wenn auch du Lust hast, Kinder wirklich nachhaltig zu motivieren, diese Strategien anzuwenden im Alltag, einen eigenen, starker Rundemucki-Standort aufzumachen, dann werde Teil unserer Ausbildung, dann komm in unser Team, wir bilden Menschen dabei aus und helfen ihnen dabei, einen eigenen, starker Rundemucki-Standort aufzubauen, um in der Gegend, in der sie wohnen, wirkliche Veränderungen zu erzielen, Kindern zu helfen, in Schulen und Kitas Kurse zu geben. Geh einfach auf die Webseite starkerunemuckis.de slash Trainer werden. Guck dir das an, bewirb dich da auf ein Gespräch, dass wir einfach mal miteinander quatschen und schauen, inwieweit du, ja, deinen Standort aufbaust, um Kinder nachhaltig zu begleiten. Für starke Kinder, für eine starke Zukunft. Ich wünsche dir einen guten Tag, eine tolle Woche, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn du weitere Videos sehen möchtest, dann werden hier irgendwo jetzt weitere Videos oder Playlists eingeblendet. Wenn du Interesse daran hast, Kinder wirklich dabei zu unterstützen, eine glückliche Kindheit zu haben, ohne Mobbing und üblen Stress, dann komm in unsere Ausbildung. Wir bilden dich vollumfänglich zu einem erfolgreichen Kinder- und Jugendcoach aus. Weitere Infos bekommst du auf www.starkauchohnemuckis.de Den Link findest du auch in der Beschreibung. Hier siehst du meine weiteren Social Media Kanäle. Guck gerne auf Facebook oder Instagram vorbei oder hör meinen Podcast. Ich danke dir für deine Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video.